In diesem Video geht es darum, wie du als Mann, egal wie du aussiehst, jede Frau rumkriegst. Und ja, es ist ein reißerischer Titel und ja, es haben schon ganz viele darüber Videos gemacht. Aber hier kriegst du die Frauenseite mit und vor allem auch eine spirituelle, tiefe Seite, die ich ja immer wieder in meinen Videos betone und wo es auch um ein gewisses anderes Erleben geht. Und das kriegst du ja. Also bleibe dran bis zum Ende, weil dann weißt du, wie du es tust und was du für innere Entwicklungen brauchst, damit du wirklich auf jede Frau so bezaubernd und anziehend wirkst, dass sie mit dir ihre Zeit verbringen will. Abonnier doch bitte den Kanal und dann kriegst du regelmäßig hier die wunderbaren Erklärungen von mir und dein Sexleben wird sich um das Dreifache verbessern. So, also ihr Lieben, ich habe ja wirklich lange gedacht, ich kann hier zu diesem Thema, weil das so abgedroschen ist, nicht ein Video machen. Aber ich mache es jetzt. Und ich habe, unabhängig von den äußeren Sachen, habe ich drei Punkte jetzt mal festgemacht, die relevant sind an Entwicklung in dir. Ja, also wo du die Entwicklung selber machen musst, damit du eben so anziehend auf jede Frau wirkst. Und damit möchte ich auch beginnen, weil es sind vielleicht K.O.-Kriterien für den einen oder anderen. Aber ohne diese innere Entwicklung wird jede Pick-up-Technik für dich nutzlos. Okay, Nummer eins. Ich spinge sie mal kurz. Es geht um die Präsenz. Also, wie konkret mit all deinen Sinnen bist du denn in dem aktuellen Augenblick? Nimmst du mit allen Sinnen wahr? Spürst du, was du tust? Also, wie du eigentlich kommunizierst? Nimmst du wahr? Also, es geht auch um die Wahrnehmung. Nimmst du das bei dir wahr, aber auch bei ihr wahr? Wie sie reagiert, was sie gerade fühlt, was sie braucht? Und Präsenz heißt ja auch, das schließt auch mit ein, dass du dann angemessen reagieren kannst. Und alleine da setzt es ja bei ganz vielen Männern, ja, vielleicht nicht aus, sondern gar nicht erst ein. Weil die sind so in ihrem Film, die kriegen gar nicht mit, wie sie eigentlich wirken auf andere und was sie auslösen. Also, wie viel Klarheit hast du denn da? Ja, mach dich da auf den Weg, noch mehr zu spüren wie der andere. Es muss ja jetzt nicht jede potenzielle Kandidatin sein, sondern generell kannst du ja mit jedem Menschen üben, ja, wie du da wirkst. So, Punkt Nummer zwei ist die Bedürftigkeit versus die innere Fülle. Und wenn du bedürftig bist, dann wirst du es vielleicht nicht so nennen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Bedürftigkeit nennen wir es halt in der Männerarbeit, ja, oder auch bei den Frauen ja genauso. Also, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt unbedingt wieder ein Date, du brauchst jetzt Sex, die Welt ist so schlecht. Du kämpfst, du rackerst dich ab und es gelingt dir nicht und du möchtest jetzt aber endlich. Und es muss doch jetzt mal klappen, ja. Wenn du mit so einer Haltung an die mögliche Frau deiner Wünsche gehst, ja, dann wird sie das spüren. Nicht nur im persönlichen Treffen, sondern auch in deiner Schreibweise, in den Nachrichten. Oder vielleicht auch auf deiner, weiß ich nicht, auf deiner Social Media, auf deinen Seiten, ja, oder Profilen. So, und die Fülle ist sozusagen das Gegenteil davon. Das heißt, du fühlst dich gut mit dir. Du machst was für dich. Du bist in der Freude. Du erlebst die Welt als bunt. Du kannst was mit dir anfangen. Und wenn eben es zu Sex oder irgendwie Annäherung kommt, dann ist es wunderbar. Und dann genießt du es auch. Aber du musst es nicht auf Biegen und Brechen erleben. So, Punkt Nummer drei. Und das ist so eine feinstoffliche Sache. Und ich habe das jetzt genannt, Geilheit versus offenes Herz. Und ich weiß noch nicht so genau, wie man da von dem einen zum anderen kommt. Ich habe das selber durch, diesen Prozess. Aber ich kann da noch keine Technik vermitteln. Ich beschreibe das mal eben. Geilheit beim Mann wäre, ja, ich muss jetzt sofort kommen. Es muss sofort das eine passieren. Ich kann mich nicht, was weiß ich, auf ein langes Vorspiel konzentrieren, auf sie konzentrieren. Ich muss jetzt sofort zehn Minuten oder was weiß ich, sieben Minuten oder was die Forschung halt sagt, wie schnell es geht. Fünf Minuten muss es passieren. Und bei uns Frauen ist es so ähnlich, wie soll ich das sagen, das ist so ein heißes Gefühl. Und es hat was mit, ja, damit zu tun. Und das mag für einen Teil der Entwicklung, mag das sinnvoll sein, weil du erlebst es überhaupt erst mal, wie freudvoll und wie gigantisch und wie viel Kraft diese Erotik, diese sexuelle Energie hat. Ja, aber es ist nicht verbunden mit dem Ganzheitlichen, mit dem Sein. Also es ist nicht verbunden mit dem Herzen. Und das wäre so der Punkt. Weil wenn du dein, also es soll ja keine schnelle Figgi-Figgi-Nummer sein, sondern es soll eine tiefe Begegnung sein. Das kann beim ersten Mal sein, beim dritten Mal, beim zehnten Mal. Ist doch wurscht, ist mir doch wurscht. Ja, also das musst du doch und musst doch die Frau mit dir entscheiden. Nur weil ich jetzt hier so einen reißerischen Titel habe, heißt das doch nicht, dass du mit jeder Frau sofort schlafen musst. Wenn es entsteht, wenn es möglich ist, super, ja. Und vielleicht ist auch was anderes möglich. Und du kommst zu dieser Gelassenheit, kommst du eben, wenn dein Herz offen ist. Also wenn du, wenn du diese Erotik mit deinem gesamten Sein verbindest. Und wenn es nicht nur um ein Objekt, also vielleicht kann man es auch so sagen, wenn es nicht nur um ein Objekt, also um diese Triebbefriedigung geht, sondern wirklich darum geht, sie auf einer menschlichen, freudvollen, liebevollen Ebene zu treffen. Und zu sehen, wer ist sie denn, was möchte sie denn, was interessiert sie denn, ja. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der wird gerade in dieser heutigen Zeit ja sowieso angetrieben oder unterstützt, weil wir ja sowieso in diese Menschwerdung kommen. Und in diese höher schwingende Energie, ja. Aber er dauert einfach. Und ich möchte dich dazu einladen, diese innere Arbeit zu machen. So, und das Ergebnis dieser drei Punkte ist eine Souveränität, die du mit dir selber hast. Eine Zufriedenheit und eine Selbstbewusstheit, die du einfach ausstrahlst. Und das ist übrigens, was Frauen so besonders anzieht. Sie mögen also ja nicht besonders irgendwelche schicken, was weiß ich, Popos und so weiter. Sie mögen halt, wenn der Mann Persönlichkeit hat, ja. Und klar gucken sie auch auf seine Hände und was weiß ich jetzt noch. Aber wenn du diese drei Punkte in dir verankert hast, dann bist du auch gelassen dabei, ja. Und kannst einfach im Moment entspannen. So, und wenn das der Fall ist, dann kommen wir jetzt auf das äußere Verhalten. Und dann geht es darum, Nummer vier, dass du auch die Führung übernimmst. Und das heißt, dass du zum Beispiel, ich mache jetzt ein paar Beispiele für Führung. Ja, nicht fragst ja, wann kannst du denn, was möchtest du gerne machen. Sondern du setzt ihr, machst ihr Terminvorschläge und machst ihr auch Vorschläge für euer Treffen. Du gibst die Rahmung. Klar guckst du, wie reagiert sie und was möchte sie eigentlich. Aber du setzt eben auch konkrete Rahmengegebenheiten, Rahmenbedingungen, ja. Und die Führung kannst du eben durch deine Sprache übernehmen. Und Führung heißt nicht, ja, du sollst jetzt das und das machen. Sondern Führung heißt einfach, du gibst ihr eine Idee, was jetzt als nächstes passiert. Und Führung heißt eben auch, dass du auch nicht nur jetzt verbal die Führung übernimmst, sondern eben auch körperlich. Indem du eben, weißt du, weiß ich, sie schützt oder sie mal irgendwo berührst. Okay, das kommt gleich nochmal in einem anderen Punkt. Aber das heißt einfach auch, dass du diese Nähe, die du haben willst, herstellst. Weil du eben führst, ja. Und ich kenne so viele Männer und so viele Geschichten, die warten dann immer, bis sie irgendwas tut. Oder Männer, die dann nur mit einer Frau zusammen sind, wo die Frau ausgewählt hat. Nee, mein Lieber, sie gibt dir ein Zeichen und du machst dann die Aktivität. Wenn sie die Aktivität nur macht und du gar nicht zur Aktivität kommst, dann ist es nicht die richtige. Okay, auch nicht für ein schnelles oder heißes Date. So, und dann, du führst also und dann stellst du die Nähe her. Das hatte ich gerade schon mal angerissen. Also du stellst die Nähe her. Das ist Punkt Nummer 6. Du berührst sie mal liebevoll, ohne dass es sexuell ist, zum Beispiel hier am Arm oder an der Schulter. Und was weiß ich, führst sie irgendwo hin oder also, ne, jetzt durch den Raum. Oder öffnest ihr die Tür und dann geht sie da durch. Und sorgst sozusagen für ihre Sicherheit. Und du stellst aber auch Nähe her, indem du eben, ja, vielleicht auch Aktivitäten mit ihr machst, wo ihr euch näher kommt. Irgendwelche Sportarten oder irgendwelche Spiele spielen. Oder eben, wenn ihr im Café sitzt, auch mal ihre Hand zu nehmen. So, das geht so weit, bis, dass du eben, und das wäre der Riesenschritt für viele Männer, dass du eben sie küsst. Ja, also das Küssen ist sozusagen der originäre Punkt, wo sie weiß, du willst mehr als nur reden, als nur streicheln oder so. Ja, und über diese, also das Küssen ist sozusagen der ultimative Punkt, wo du Nähe herstellst. Und dann folgt dir alles Weitere. So, und auch da gibt es, ja, so Erkenntnisse, ja, selbst wenn sie jetzt zum Beispiel deinen Kuss ablehnt, heißt das nicht, dass sie nicht will. Sondern es heißt, dass sie gerade nicht will, weil sie vielleicht gerade ein Haar im Hund hat. Oder jetzt nur so als blödes Beispiel. Wer weiß, was da los ist. Ja, das heißt, du wirst dann das einfach nochmal versuchen. Und nochmal. Und schauen, wie sie reagiert. Und solange sie nicht komplett dicht macht und abweist, dich abweist, ja, ist das noch kein Korb, okay? So, und dann haben wir Punkt Nummer 6. Ne, da hatte ich gerade die Nummerierung verkehrt. Tada! Also, ne, herstellen wir Punkt Nummer 5. Nummer 6 ist Spannung aufbauen. Und eigentlich ab Punkt Nummer 4, Führung, ist die Spannung schon inklusive, ja? Also, wer sorgt für Spannung? Er. Klar muss, also dafür, dass du sie, in Anführungszeichen, jagen kannst, muss sie auch ein Stück weit, ähm, vielleicht dich ein bisschen, also damit spielen, ja, ähm, aber trotzdem bist du es, der für Spannung sorgt. Ja, bei den ganzen Männern, die ich jetzt zum Beispiel unterstütze, ähm, es ist so, dass die, also es ist sowieso so, wenn wir als Paar zusammenleben und alle Zeiten ineinander verbringen und über alles immer wissen, dann ist die Spannung komplett weg, ja? Ja, so, das heißt, du sorgst für Spannung, indem du eben sie überraschst, ja? Und auch das ist ein Riesenthema, vor allem für Frauen, aber es ist einfach so, wir wünschen uns, dass der Mann uns überrascht. Klar wünschen wir nicht, etwas dann zu erleben, was wir nicht wollen, wir wollen halt irgendwas Schönes dann erleben, ja? Ja, aber, ähm, wenn du zum Beispiel Andeutung machst und ihr dann nicht genau sagst, was du jetzt meinst, und sagst, ja, das sage ich dir vielleicht später, ja, das ist damit gemeint. Ja, oder ich denke an etwas, aber, nee, nee, jetzt sage ich es dir noch nicht. Das ist damit gemeint, ja? Also, sorge für Spannung und überrasche sie. Und vielleicht gehört da auch dazu, das fällt mir jetzt gerade noch ein, so, das ist so ein Punkt von der Bedürftigkeit, also mache nicht völlig im Übereifer da 100.000 Sachen, ne, sondern sei gelassen bei dieser Spannung. Und das heißt eben ja auch, das ist ja auch beim Vorspiel so, ne, die eigene Lust der Frau muss erst entstehen und dann kommt der Mann in die Tat. Und hier beim Daten ist es genauso, sie muss erst spüren, dass sie dich will und dann kannst du loslegen. Ja, das heißt, es geht ja auch vielleicht darum, was du genau erzählst von dir, was du alles schon erlebt hast, ja, wie du halt Fragen stellst, weil wir Frauen wollen natürlich auch, ja, von uns erzählen und unsere Gefühle zeigen. Ach, fällt mir noch ein, für uns ist es am schönsten, wenn wir uns an Gefühle erinnern. Also frage auch Fragen, die das auslösen, ja. Beispiel, wann, wo warst du, welcher Urlaub war für dich am geilsten. Dann kriegst du nicht nur das Land raus, sondern auch, ja, welche Art von Urlaub sie mag, was sie für ein Typ eigentlich ist, ein Abenteurertyp, ein Wellnesstyp und so weiter. Und da kriegst du ja ganz viel raus. Und das fällt auch unter Spannung und Überraschung, weil sie ist dann inspiriert und kann sich dann öffnen, ja. So, und der letzte Punkt ist natürlich, mein Lieber, vielleicht hast du es schon erraten, oder ich habe es eigentlich noch gar nicht angedeutet, ist natürlich der Humor und der, ja, Selbsthumor könnte man sagen. Also auch über dich zu lachen und Witze zu machen. Und zwar, Frauen mögen weniger Witze erzählt bekommen als die Situationskomik an sich, ja. Damit kannst du halt unheimlich punkten, okay. So, das heißt, wenn du jetzt, ich fasse nochmal zusammen, wenn du in dir ruhst und total entspannt bist und ihre Persönlichkeit und ihre Vorlieben und so weiter sehen kannst und sie da lobst und schätzt und gleichzeitig ihr gesagtst, was jetzt als nächstes passieren kann und sie dann dazu ja sagen kann oder mitgehen kann, wenn du sie gleichzeitig immer wieder ein Stück zappeln lässt, also sagst, so die die Spannung hältst, also dann sagen, ja, mal gucken, vielleicht gehen wir gleich da oder dahin. Ich muss nochmal überlegen, was wir jetzt machen wollen, was ich dir vorschlagen kann. Und wenn du dann auch humorvoll dabei bist und, das habe ich noch gehabt, und ihre Nähe herstellst, also immer wieder Körperkontakt aufnimmst oder eben über ihre Gefühle sprechen lässt, ja, dann kannst du nicht nur ihr Herz öffnen, sondern eben auch ihren Schoß. Und in diesem Sinne, mein Lieber, wünsche ich dir jetzt wirklich, dass das dir gelingt und zwar auf eine einfache, leichte Art und Weise, wo du auch, ja, positive Erfahrungen sammelst, dass das wirklich geht, weil auch das höre ich ja von ganz vielen Männern, dass sie da immer wieder Abfuhren bekommen. Insofern abonniere hier meinen Kanal, dann bleibst du wirklich regelmäßig auf dem Laufenden und wenn du da wirklich, wie soll ich sagen, Nachholbedarf hast, dann kannst du dich ja auch jederzeit bei mir zur Beratungssession melden und dann gucken wir ganz genau, wo es bei dir hakt, an welchem Punkt und was du tun kannst. Schönen Tag!